Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir heute für den Tag? Ich sag... Was haben wir? Was haben wir heute für den Tag? Ich sag... Was haben wir? Was haben wir heute für den Tag? Ich sag... Was haben wir heute für den Tag? Ich sag... Wir sind schon eine Woche wach! Eine Woche wach! Eine Woche wach! Eine Woche wach! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Oh-oh-oh-oh! Ich sag... Eine Woche wach! Oh-oh-oh-oh! Oh-oh-oh! Ich sag... Einmal wieder, einmal wieder Mima Park, mach mal laut, stärker, wie die Pause ist in Zuhause Jetzt geht's los, jetzt geht's los Mima Park, Mima Park, Mima Park, Mima Park Abgekommen, Schatz, Sie schenken ein Foto Jan-Pierre Otze, reiß die Hände an In den Soto In den Soto In den Soto Jan-Pierre Otze, reiß die Hände In den Soto Auf geht's, jetzt noch hier an Ihrem Tag Ich verabschiede euch, alle aus Herzen mit die Applaus in den Soto Reiß die Hände an 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 Endlich wieder Mima Park Endlich wieder Mima Park Schön, dass ihr hier seid Vielen Dank Mima, 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 Mima Ich bin Solo Er ist Solo Er ist Solo Er ist Solo Oh Scheißegal Dankeschön! Dankeschön! Ja, das Lustverband ist da, M Städte In M Städten bin ich zur Schule gegangen Bist du welche Schule? Sonderschule 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 Scheißegal Und wer noch eine Klasselehrung? Schäfer Heilig Schäfer Heilig Schäfer Heilig Schäfer Heilig Schäfer Heilig Sie ist Frau Sie ist Frau Sie ist Frau Sie ist Frau Tolle Sendung Pass mal gar nicht mit Wer ist der Frau Und wer ist die Frau Wenn dann noch Tiere ins Spiel kommen Das Siebizil von Schäfer Heilig Das sehen wir jetzt Das heißt Schatzi Schenk mir ein Foto Schenk mir ein Foto von dir Schatzi Schenk mir ein Foto Ja Auf Wiedersehen Frage Hau Hu hoi hoi das macht es kürzer ok, da war schon mal sehr schnell Sicher drauf alle Händen sind in der Vomeda Park ich mach auf ein Video 5 ich geh noch mal hier ich brauch ein bisschen Zeit mit geworfen mein Telefon ist irgendwie Es ist ein Freundeschild, es ist ein Freundeschild, es hat die Fügel gekauft. Die Telefon funktioniert nicht mehr. Hier geht nichts mehr. Siehst du, braucht noch einmal... Oh, gut. Ja, jetzt sagen wir es, die anderen machen. Widerpack! Video! Alle Hände und Hände von Widerpack, der Jörg da! Oh, hey, oh, hey, hey! Hey, 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 hey! Jalalalalala 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 Schatzi, schick mir ein Foto Ein Volker, engaged in Bupers Schatzi, schick mir ein Foto Dann schenc ich dir Auf Eins Von Bspw Mit mir ein G! Mit mir ein M! BH! Nein, nur H! Entschuldigung! Was heißt das? Jetzt sehen wir den Anwendung von Pakistan und Fahnen, der Kommissar Langhofstadt, wir sind hier, aber warum sind die so gut holländisch? Sind holländer hier heute? Gehen wir uns? Einer ist da! Wo fanden wir die Augen? Wo sind die holländer? Wo sind keine holländer? Oh Mann, streck nur die Bullen nach Tur! Oh Mann, in die Bullen nach Tur! Oh Mann, in die Bullen nach Tur! Oh Mann, in die Bullen nach Tur! Ich muss sagen, ich hab ein bisschen in Holland, aber die Niederlande gefahren eben so. Und als ich heute morgen nach Malle geflogen bin, hab ich die Bildseite gelesen, da stand wirklich denn ein Holländer, der hatte eine 48-stündige Dauer-Erektion. Und dann hat er gemacht, er ist so ein Arzt, Digga. Wo? Wie nennt man das in Deutschland, wenn man eine 48-stündige Dauerreaktion hat? Digga im Wochenende! Oh, man muss da auch schon wieder nieder im Wochenende, ne? Ihr guckt alle so skeptisch! Wisst ihr, war bei mir das letzte Mal am Wochenende, oder? Gestern! Da hatten wir doch die DEMA! Ja! Hört drauf ein bisschen, ne? Ich muss ja aber irgendwann mal anbinden, oder? Aber egal! Wir sind noch mal Holländer, die Staller-Hände, wir nehmen wir in den Vom-Megapark, die Männer beim Gatschen, die Hände auch! Aus der Hosentasche, sonst kommt das Dreh zu! Und! Hey! 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 Wir brauchen die Staller-Hände! Geh mal Bier holen, denn ich meine, denn ich mein, dass du fest dich bist, dass muss gar nichts sagen! Fische Luizente vorgehören und jetzt heißt es Bolli ist in der Park, mich an ein Engel gefürzt an der Hürde Sehen Sie, Ground Ring, Inzit-Girl Ground Ring, Inzit-Girl Fiel los, gleich gesprungen in den Raum Darf ich ja nicht mehr singen? Ich darf ja auch nicht mehr singen Fingern im Pro, Fingern im Pro, Paris-Saté und Wiedersehen Fingern im Pro, Paris-Saté und Wiedersehen Fingern im Pro, Paris-Saté Wiedersehen im Pro, Sie singen eben im Pro Ja, ich bin ja liebster eine Woche auf meinem, äh, in Mexiko Bin auch, mit kleinem Zelt und, äh, die nur noch irgendwie vermisse Ich bin kein Geld auch, ne? Aber eine Woche noch werde ich auf jeden Fall singen Und ich werde eine Woche nicht schlafen in Mexiko Ich werde eine Woche wach bleiben Und ihr seid natürlich auch alle, eine Und ihr seid natürlich süß, die nur ja Danke für das! Vielen Dank, das war psychischeniere Hong-Umer- 꽃. Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho und jetzt kommt die Krause. Und bevor wir ins Finale gehen, ich soll euch heute eine ganz schöne Grüße bestellen vom König von Mallorca, von Huguen Dreschmann, herr und her. Jawoll! Finale, Sybric! Ha-ho! Auf dem Steckwinnischen! Ha-ho! Ma-ha-ha-ha! Ha-ho! 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 Ja, so könnte er erst Löffel singen, wenn er jetzt jemand aufliegen würde, dann macht er nicht. Ich hab ihn ja besucht in Dülm im Altenheim, der hatte einen Krankenhaus an Rollator und Ramona Dresch hat mich im Gegenzug letzte Woche besucht, in meinem kleinen Dorf, und zwar hat mich ja so mitgesucht in meinen Schlafzimmerküche. In meiner Küche hat sie mich besucht und wir haben gemeinsam gefeiert. Sie hat nachher meinen Rasen gemäht mit meinem Aufsitzmäher, und jetzt stellt euch wirklich vor, da wohne ich eh! Mit meinem Aufsitzmäher, und was war? Sie hatte nur noch Schuhe an! Boah! Große clase Schuhe! Sie hatte nur noch Schuhe an! 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 Hoaa! Wir hatten nur noch Schuhe an, wir hatten nur noch Schuhe an, wir hatten nur noch Schuhe an. Wir hatten nur noch Schuhe an, 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 wir hatten nur noch Schuhe Zuhause! 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 Lust auf Eichler machen, echt sehr geil, macht wirklich Spaß und da waren so hübsche Frauen auf dem Schiff, heute ja auch so geil und weiter. Zuhause kann man wirklich so einen Strat rumsitzen, oder? Gibt's da draußen noch nieder? Ja! Egal, Scheiße gehört, oder? Ich sag immer! Kann ich so nix sagen, lustig nackt sehen, leider zu viel an. Dann ich so nix sagen, lustig nackt sehen, einmal am Glas um mich sehen kann. Bitte schön! In die Händel! Dann sowas wüns ich Euch ansehen Ja, App, App! Dann sowas wüns ich Euch ansehen Dann sowas wüns ich Euch ein bisschen ansehen Weis herr, App! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017